schweiß wir haben schwänze haben sie nicht ich bin tot und da kam gerade ein hund und hat seinem herrchen die fresse gebissen oder so auch von hinten kommen jetzt ich kann nicht mehr viel Munition machen bleib so wohl stehen von wiederwegs gehen meine Fresse hast du gehört ey ich hole dir gleich eine Hornhund du hässliches Stück Scheiße von und man ey was ist das können die nicht denn Hunde komm die gehören doch eingeschläfert der hat mich gebissen das darf nicht sein das ist böse ich bin ich bin ich bin ich bin VIP die dürfte das nicht mit mir machen ich hole gleich meinen Anwalt mitten hier im Schlachtfeld der wird das dann ausdiskutieren ist das irgendwie so ein Porno Ding ist das so ein Porno Ding egal soll das ein Witz sein nein das ist kein Witz boah wie viele sind das übertreib übertreib mal nicht übertreib mal nicht ich bin aber richtig Ist er nicht mehr ganz dicht? Liegt er auf dem Boden, ist er tot? Ja, von mir aus kann er krepieren, diese Drecksau. Ich rette ihm da sein Leben und krieg nicht mal Gehaltserhöhung. Was ist das? Der Taxi ist unterwegs. Riecht uns! Ja! Gehen wir! Laser, mit Deckung! Oh du hässliches Stück Scheiße! Oh nicht viel ist tot, ne? Oh, ich hab keine Wuny mehr. Toll, jetzt hat er nicht auf... ...die Feuerlöscher geschossen. Ah, klar. Hecken. Scheiße. Mir kurz vorm Abkratzen. Mein Schuss und ich würfel hier sowas von ab. Fick dich! Könnt mich mal erst mal muss ich mich selbst schütteln. Ja, das ist toll! Hä, wie schwer ist denn das? Meine Fress, ich frage mich wie das auf Extrem dann ist. Wie krass ist das denn, ey? Wah! Verdammte Katze! Hab da ihr Wichser! Scheiß Homos! Verdammt! Die haben Wunsch! Ich geh rein! Zeigt er sich nochmal oder ist er tot? Gott, der ist so... Nein, der lebt noch! Oh, du... Scheiß Hund, Mann! Oh, Glazer kann verwundet sein wie er will, man! Dieser hässliche Scheißhund! Typ hier, du Bastard! Oh! Diese Hunde! Nur diese Hunde regen einen übelst auf! Alter, wie lange soll ich denn hier noch hocken? Ich hab keinen Bock mehr! Scheiße, ist das übelst! Vollhund erwischt! Und jetzt irgendwann! Der ist jetzt gleich weg! Das sind die Schäuze, für ihr werdetить! Oh naja! ucha! Wir sind auch cornige und gra tengan, durchwand Loos! Weitere dgas? Die?! cooler сил! ich drehe gleich durch gar nicht weiterkommen überhaupt nicht gehen wir fick dich man macht die scheiße halt einfach deine feste ich mache meinen job alter scheiß mann du mein leben du homo mir latte welches wie das Gehen wir! Woll! Komm! Dieses hässliche Scheiß-Hundefieh, ernsthaft! Das geht nicht mehr, klar. So, ich bin jetzt mal kurz ruhig und versuche, die Scheiß-Hundefieh zu kriegen. Fick mich! Gehen wir! Woll! 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 Umleck mich, Mann! Alter! Ich bin nicht dafür, wenn dieser hässliche Lynch oder Kane oder welchen schwuchtel ich hier auch immer spiele, so hässlich schießt, ey. Aber was ist das, Mann? Gehen wir! Komm, ich hab da gerade ringgeschossen, du Drecks. Komm, komm, komm. Leck mich, du... Ich werd' hier gleich zum Hulk... Krieg den! Alles gut. Sekunde! Lasst sie nicht entkommen! Ja! Voller frei! Ja! Jetzt kommst du zum Ausgang! Geh' dich scheiß weg! Geh' noch! Geh' noch! Geh' noch! Geh' noch! Aufs Bellen! Wow! Scheiße! So war nicht ne. Sieht doch gut aus, wie ich krippier' jetzt. Ich geh' rein! Okay, es wird schon alles gut! Jawoll! Geh' doch! Mensch! War auch schwer genug. Ich glaube, ich hab' noch nie im Let's Play so krass geflucht. Was jetzt? Machst du mal was? Kannst du mal auf, in dieses Automaten-Ding da anzugucken? Oh, komm. Schön. Kannst du nicht, ne? Ich werd' da nicht schön bezahlt. Ernsthaft. Sag schon! Wer verdammt ist dieser Sing? Ist... Ärger. Drogen, Prostitution, egal. Dem Wichser ist echt nichts zu schmutzig. Und er kann mit Messern umgehen. Oh, ho! Oh, ho! Das ist doch! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho, ho! Verdammt! Also, ja, das möchte ich gerne kaufen. Hier würde ich liebend gerne wohnen. Äh, da würde ich dann die Küche hinstellen. Da schlaft Zimmer, da hinten die Toilette. Und ganz oben, wirklich ganz oben, würde ich, würde ich, würde ich mich erhängen. Halt die Augen offen. Oh, vor allem hier, schöner Ausblick. Oh, das ist perfekt. Hier würde ich liebend gerne wohnen. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich hab' ihm nichts getan. Also, das hier ist auch nicht schlecht. Hallo, könnt ihr die mal von meiner zukünftigen Wohnung oder Haus oder Villa verschwinden? Oha. Oh, halt mal. So, weiter geht's. Wie soll ich die bitte treffen, wenn ich so hässlich ziehen muss? Und es hängen. Oh. Erstmal kann ich den da hinten. Boom. Oh, komm. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Habe ich ihn? Ja, scheint so. Ja, ruf man Taxi. Ja, hallo, Taxi. Ich möchte hier gerade... Bitte mal kurz abgeholt werden. Äh, kann sein, dass hier zwei halbtote Typen mitkommen, die voll schon am Verbluten sind. Ich hoffe, das macht nichts. Äh, sie können ja... ...putzen. Bitte neue Waffe, sei nett. Ach soo, ich hab die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Ich wollte mich da ver- dahinter verstecken, eigentlich. Aber hier kommt der Pick-up doch nie im Leben rein. Oha, der hat mich erschreckt. Scheiße. Das ist nicht gut. Was für ein Taxi? Los, los, los! Ja cool, also so ein... Los, los!